So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO, eine kleine Infofolge wieder mal und es ist Samstag, heute Wrestlemania Teil 1, morgen Wrestlemania Teil 2, das Wrestlemania Wochenende, wir sind seit 7 Uhr jetzt auf, der Hannes und ich, wir waren noch bei Pupsi, wir haben hier Umzug, alles aufgebaut den ganzen Tag, sind total zerschunden, 20 Uhr heimgekommen, kurz Premiere geschaut vom legendären Bier-Tasting mit Bianga und Shinaya, das war auf jeden Fall mega, mega lustig, wer das nicht geguckt hat, guckt es euch mal an, ich glaube ihr werdet amüsiert sein und jetzt habe ich gesehen, morgen sollte ja irgendein neues Event starten, beziehungsweise irgendwas mit Team GO Rocket sein, natürlich gab es in der Zwischenzeit News für morgen, habe ich nicht gesehen, habe ich jetzt gesehen, habe ich gedacht, muss ich auch noch was dazu sagen, beziehungsweise für die, die es halt nicht mitgekriegt haben, dass die wissen, dass eben morgen was ist und einfach das halt cool ist, die meisten freuen sich immer, wenn irgendein Team GO Rocket Event ist, weil sie darauf warten, dass man Frustration verlernen kann und ja, man kann Frustration verlernen, glaube ich, es gibt neue Krypto-Pokémon, es gibt im Allgemeinen neue Pokémon, dann auch aus 12 Kilometer Eiern, also was ja da mit Team Rocket zusammenhängt, ähm, und Giovanni wechselt auch sein legendäres Pokémon, darauf habe ich ja gewartet, weil man ja, wenn man Giovanni besiegt, Lugia hätte fangen können, was man ja die ganze Zeit so gekriegt hat und für meine Meisterforschung, wo ich dann das Apex Lugia bekomme, brauche ich ja nicht jetzt mir vorher ein Lugia von ihm holen und bei dem Kapitel am Ende dann das Apex Lugia bekommen. Also wollte ich jetzt extra warten, bevor ich ihn besiege, dass ich das nächste Pokémon schon bekomme und das nächste wird jetzt Latias sein. Ich werde also direkt Latias mir holen können, ohne nochmal mir irgendwie einen Radar zu holen oder irgendwas, weil den habe ich ja noch von der Meisterwerkforschung, wer den sich aufgehoben hat, und durchs Abschließen von der Meisterwerkforschung kriege ich dann trotzdem noch das Apex Krypto Lugia, kann dann noch in Ruhe die neue Rocketforschung machen, die es ab morgen gibt und habe dann wieder einen Radar, den ich für ein zweites Latias nutzen könnte, wäre aber Quatsch, also hebe ich mir den auf, wenn der neue kommt, das ich immer direkt gleich mir das neue legendäre Krypto gönnen kann. Hier gibt es jetzt also ein Update auf der News-Seite, also auf der Pokémon-Go-Live.com-Seite, Molunk am Vierer und weitere Pokémon erscheinen beim Rocket-Team-Ausflug-Event. Der Hannes sitzt gerade auf dem Sofa, hallo Hannes. Moin. Moin, hat es gesagt. Wir sind eigentlich total müde, aber wir versuchen die ganze Nacht aufzubleiben, jetzt und durchzumachen, bis zum WrestleMania-Zeugs und morgen wäre es dann cool, wenn wir ein Latias abholen könnten und mal vor die Tür gehen und dann mal ein bisschen Pokémon zocken, dass wir auch ein gemeinsames Video noch schön haben am Sonntag. Rocket-Team-Ausflug von Sonntag, den 3. April bis Donnerstag, den 7. April eine weitere Übernahme durch Team-Go-Rocket steht bevor. Auch diese Schurken machen sich die vielen neu in Pokémon-Go erschienenen Alola-Pokémon zu Nutze. Dieses Mal kombinieren sie ihre Pläne mit dem bevorstehenden Team-Go-Rocket-Betriebsausflug. Klingt auf jeden Fall komisch, Team-Go-Rocket-Betriebsausflug. Aber ja, es sind ja die ganze Zeit jetzt, wir sind in der Alola-Season, passend dazu natürlich, dass jetzt bestimmte Alola-Pokémon auch dann als Krypto zu fangen sind und Krypto sein können. Pokémon-Debüt. Molunk und Amphira erscheinen zum ersten Mal im Pokémon GO. Ab dem Beginn dieses Events kann Molunk aus 12 Kilometer Eiern schlüpfen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Hannes, kennst du Molunk? Nee, das war nicht. Kennst du Amphira? Nee. Hannes weiß genauso viel wie ich. Mit 50 Molunk-Bomboms könnt ihr weibliche Molunk zu Amphira entwickeln. Das ist auf jeden Fall schwarz, hat eine Schnude dran und sieht ein bisschen aus wie eine Mischung aus Drachen, Batman, Shadrago, Saurier, irgendwas. Und dann steht es plötzlich auf und wirkt ein bisschen elegant, mit Schwanz. So. Ein neues Pokémon aus den 12 Kilometer Eiern, werde also gerne brüte, das wird wahrscheinlich so wie damals alle so Garnoville, Garnoville, Garnoville. Jetzt wollen alle auf Molunk. Hat man auf jeden Fall wieder was Neues, was man dann auch wieder männlich, weiblich braucht und Lucky braucht. Shiny gibt es noch nicht, da braucht ihr jetzt nicht drauf hoffen. Rettet Kryptolatias. Giovanni ruft sich, ach, Giovanni ruht sich nie auf seinen Lorbeeren aus. Der Boss ist zurück und er hat Kryptolatias im Schlepptau. Mit dem Beginn dieses Events gibt es auch eine neue Spezialforschung, bei der ihr einen super Rocket-Radar erhaltet, um Giovanni aufzuspüren. Kryptolatias ist also auch das allererste Mal da. Gab's noch nicht. Werde ich, wie gesagt, versuchen mir morgen direkt am Sonntag zu holen. Mit meinem Rocket-Radar aus der Meisterwerk-Forschung, um den Radar aus der jetzigen Giovanni-Forschung, dann die kommt, aufzuheben, für das, was nach Latias kommt. Und vielleicht Latias, wer weiß das schon, wäre eine Idee. Krypto-Pokémon, die Team-Go-Rocket-Rüppel und ihre Anführer Cliff, Sierra und Alu setzen jetzt andere Krypto-Pokémon ein. Helft Spark, Blanche und Candela dabei, ihre Erzfeinde zu besiegen und alle Krypto-Pokémon zu retten. Mit Glück begegnet ihr sogar anderen schillernden Krypto-Pokémon als bisher. Als wäre das noch nicht genug, hat Team-Go-Rocket nun auch die folgenden Pokémon zu Krypto-Pokémon gemacht. Besiegt Team-Go-Rocket-Rüppel, um sie zu retten. Krypto-Alola-Radfratz, Krypto-Alola-Sandarn, Krypto-Alola-Kogowai, Krypto-Mogelbaum, Krypto-Girafarig und Krypto-Kamaub. Joa, ist da jetzt was Gutes dabei? Ich meine, Mogelbaum, Girafari kannst du nicht entwickeln. Ich weiß nicht, ob man die in der GBL irgendwo nutzt an sich. Ansonsten sehe ich jetzt nicht so heftige Sachen im ersten Moment, wie wenn man jetzt Krypto-Lavita hat und dann Despotar und dann einfach auch als Raid-Pokémon gut nutzbar. Genauso wie Tane oder sowas wie Krypto-Kaifel oder Krypto-Quiekel, wie gesagt. Haut mich jetzt erstmal noch nicht vom Sockel, aber sind natürlich trotzdem neue Pokémon, die ihr in eurer Krypto-Sammlung aufnehmen könnt. Und Event-Boni, Team-Go-Rocket erscheint häufiger bei Pogestops und in Ballons und mit einer Lade-TM könnt ihr die Ladeattacke Frustration vergessen. Das ist das, worauf immer alle warten, wenn sie ein richtig gutes Krypto-Pokémon haben und sagen, ja, das kann aber nichts wegen der Attacke und man könnte eine zweite Attacke lernen, aber die stört dann trotzdem. Man will so ein starkes Pokémon trotzdem mit zwei richtigen Attacke. Nutzt die Zeit wirklich, um Frustration zu verlernen, eure Pokémon noch stärker zu machen. Pokémon bei Feldforschungen. Den folgenden Pokémon begegnet ihr als Belohnung für den Abschluss von Feldforschungsaufgaben. Sneebel. Mit etwas Glück auch schillernd. Ne, schillernd und mit etwas Glück begegnet ihr auch Zurokex. Aber Zurokex nicht Shiny, sondern halt nur Sneebel so. Ja, Sneebel ist auf jeden Fall ein interessantes Pokémon. Als Eisangreifer, als Unlichtangreifer ist das beides eigentlich recht gut. Zurokex. Wahrscheinlich wieder nur für GBL-Eventboxen. Gibt es dann auch für 1275 Pokémon-Münzen im Shop einen Eventbox mit 10 Top-Tränken, 10 Top-Belebern und 5 Rocket-Radaren. Wer also keinen Bock hat, so viel Bosse immer zu machen, Rübel zu machen, um dann an die Bosse zu kommen, aber jetzt auf Shiny-Jagd ist von den Bossen. Der könnte sich natürlich so eine Box gönnen und hoffen, dass er dann Glück hat. Ich werde mir so eine Box natürlich wieder nicht kaufen. Ich kaufe immer nur das CD-Ticket. Mehr kaufe ich eigentlich nicht, außer Raid-Passe. Und ansonsten, ja, ich weiß jetzt noch nicht, welche Pokémon die Vorstände haben. Wenn ihr da jetzt schon mehr dazu wisst, könnt ihr das ja mal in die Kommentare schreiben. Also was hat Sierra, Cliff und Alu als Krypto-Pokémon, die dann auch Shiny sein können? Weil das werden ja hier die normalen sein, die ihr dann so kriegt an den Stops bei den Rocket-Rübeln. Und freut ihr euch auf Krypto-Latias? Habt ihr da Bock drauf? Oder hättet ihr euch lieber noch ein Lugia geholt und nicht wie ich das aufgehoben, um jetzt direkt Latias zu holen und das dann wieder aufzuheben für das Nächste? Ansonsten war es das erstmal von meiner Seite aus. Molung am Vierer, also gönnt euch die neuen Pokémon. Verlernt Frustration, habt Spaß, schreibt mal drunter, ob ihr Bock habt, ob ihr ein Rocket-Rübel-Fan seid. Viele umgehen auch dieses Feature und sagen, nee, die spielen lieber GBL, die machen lieber Raids. Rocket-Rübel sind gar nichts. Andere feiern das einfach enorm. Ich finde es ganz cool, aber ich versuche es dann jetzt nicht immer so zu übertreiben, weil das dann, man eh immer viel schlecht kriegt. Und bis dann was Gutes ist, ganz viel Zeit vergeht. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses, euer Hannes. Ciao. Da, und euer Adi, der liegt nämlich auch hier rum. Ciao.